Ja, dann gibt's bei mir glaube ich irgendwie Rage. Noch morgen wieder. Weißt du, du warst einfach ein Lacher gewesen, Mann. Ja, ich habe ein Problem mit meinem Mikrofon nicht mit dem Multiplayer. Fit aus gut. Bereit zum Lüpfchen, ey Mensch. YouTube, ey. Wir brauchen noch ein Update. Das glaube ich nicht. Nein, oder? Das Worte ist für eine geile Maps. Hier musst du wirklich alles machen. Du schläfst. Du schläfst doch. Ja, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht geschnellt, dass wir auf dem Wasser ja Zeug bauen können. Darum... Ich habe gar nicht Schiffe in Anwägung gezogen von Anfang an. Also im Nachhinein wäre es vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn wir dort auch die Präsenz gehabt hätten. Ja, aber das Problem ist, wenn du einen Wikinger hast, die Schlange da fast nicht. Nein. Ich habe das Gefühl, am besten wäre er schon nach Brander gewesen oder so nicht. Weil er muss immer so stacken die ganze Zeit. Dann kannst du mit ein paar Brander auf Kiefer fahren, wenn du es einmal hast. Ja, das ist nicht schade. Aber du musst halt mal herkommen. Ja, das ist nicht schade. Ja, das ist nicht schade. Aber du musst halt mal herkommen. Transportschiff bauen. Wo ist ein Transportschiff? Transportschiff bauen. Wenn denn? In Min. 8 Minuten. Ja. 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 Du musst dann alle Hotkeys verschieben. Ja, das habe ich gemacht. Ja, das habe ich gemacht. Ja, das habe ich gemacht. Ja. Wieso spielen ihr kein KID? Ja, ich würde es etwas anpassen. Nein. Vor allem, ich will das, dass direkt eine St Danzez kommt. Egal wo die Anpassungen sind. St Danze herz kann ja keinen KID. Ich habe alles gequert. Beziehungsweise habe ich einfach eins runtergesetzt. Technologie habe ich schon noch gekriegt. Ah ok. Ich habe die Firma einmal klicken. So wird man als Profi. Was ist jetzt so wie? Aber ich glaube, wenn du Fast Castle wärst und Ritter gemacht hättest, du hättest einfach einen abreissen können. Ah, der Kalf ist immer da. Ah, der Sandro ist da. Aber wenn Sandro auch dabei gewesen wäre und Fast Castle gegangen wäre, dann hätte er auch einen. Also 5 gegen 4 wäre easy, oder? Sandro, komm ich jetzt hin. Hä? Ich kann nicht mitspielen. Ich mitspiele jetzt.